ein sehr fremden abonniere und herzlich willkommen zu einer neuen folge mit hinkehlinke 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 ist wieder am start jungen da hat der gras los 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 gebrüllt ja los 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 er ist doch mega geil mich alle zu b rennen weil sie b sind ok 1 hat richtig 1 hat oh mein Gott 1, 40 HP, 1, 60 HP boah Junge wie er einfach umgebobst hat also der ist aber echt der ist einfach rein ins beiden Sinten Hedda gegeben ach der hat ja 3 leuten hintereinander instant n Hedda gegeben dann wollen wir ja mal sehen was das für einer ist erstmal diegel klauen kurva 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 da ist ja eh treu gehen eben ich spiel doch die ganze zeit nur diegel also habe ich gerade auch schon gemacht aber jetzt mache ich das in Perfektion jaa er hackt er hat haft? wobei er hat mir keinen Instant Hedda gegeben er hat mir 70 gegeben wobei das auch weiß nicht ist複mer weg 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 einfach die ganze zeit dem orangie hin nachher aus spiel also ich habe gegeben Kick 32 in 2 ui also wenn Don Camille treffen würde hätten wir die runde holen können aber er hat ein paar Gs Wie haben wir ihm gerade zuguckt ja er hat ihn vor die hälfte seiner Schüsse daneben gesetzt Wir können es trotzdem gewinnen. Okay. Bleib am Leben. Ich komme. Dropshot, Bitches! Ah, von links! Zwei Short, einer Mitte. Don Camille, Junge! Links war noch einer. Warte, warte, warte. Warte, warte. Er ist auf dem Spot, er ist auf dem Seite. Der Typ hat auch nichts zu, ne? Planting. Er ist planting. Fakt. Oh, irgendwie kassiert hat, ne? Instant. Harald hat gar keinen Kevlar. Hätte Harry Harald einen geholt, ne? Würde der Typ den BH ausmachen. Das ist nie ein Profil. Morgen Freeman. 500 Stunden CSGO. Aber noch kein VAC-Bahn. Interessant. Erstmal wieder das gute Zeug rausholen. Erstmal den guten Zeug. Boah, wer schiebt mich hier eigentlich immer runter, ey. So, als würden sie in A gehen, ne? Und Camille und ich halt in A. Ich bin Bank. Einer hat gesagt. Denke ich auch. Ja. Oh! Mein Headset ist gar nicht abgekackt. Moment. Lass mal wieder mein Headset an Strom hängen, bevor ich hier irgendwas weiter mache. Moment. Irgendwann gleich zur Stelle. Was ist abgekackt? Mein Headset ist gerade. Wo mein Spann liegt's? Ah, Akku ist zu schwach. Energie-Spann-Modus. Du weißt. No! Bombs down. Waaaaaaat! Nice? Incendiary. One me、 one me, right! auf den HeimHit Luke GameWalker spielt Counter-Strike das ist der liebe Tobi für alle die sich fragen wer Luke GameWalker ist und der wird gleich mitzocken der liebe Luke GameWalker ich hab irgendwie Bock Arbe zu spielen ich hab irgendwie Bock MP9 zu spielen und 5-7 wer ist das Setup Junge? das freut mich da bin ich wieder das ist aber schön so ich musste mal kurz Tobi antworten hast du ihn als Faggot bezeichnet? ja ich hab gesagt das ist aber schön dass er wieder da ist hast du ihn also als Faggot bezeichnet? ja klar kennst du mich doch ich bezeichne alle als Faggot B also? ja B ja 3B Jungen die sind so drauf ja die geben schon extrem wir spielen gerade die dagegen Böße Sorte von Uhrensühnen ah er kommt im TS sind wir noch unten in der unteren Gruppe? ja ne? wie wieder? sind wir noch unten im TS ja ne? ah sind wir Tobi was geht? herzlich willkommen in der Aufnahme also wir nehmen grad auf ne? scheißegal cool cool oh ihr habt gerade los gemacht naja wir haben grad Overpass wieder am Start 1,2 ich hab Ruhe wir gewinnen auch locker wir haben wohl auch gar nicht gerade auf Mirage gefistet oder so okay wir sind doch nicht erst zweimal abgestiegen ne wir steigen jetzt glaub ich zum zweiten Mal gleich ab also wir sind jetzt bestimmt noch Gold oder 2 also wir sind auf deinem Smurf Rank uuuu ja komm schon ja YOLO hallo es geht darum zu ballern ja da bin ich mal ein bisschen auf dem Aim-Server erst mal ein bisschen trainieren sagst du ach aim ey wer braucht aim alter wer braucht aim wenn er Hex hat man muss das immer optimistisch sehen only Headshot und so das ist super eben los 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 ich glaube da wollen wir das hier doch das ich bin ich bin was ja ich bin er 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 alles klar bin unterwegs er h TIFF INCL einer von dem ist richtig Low alter ich bin auch Low zumindest so wie ich grad spiele h- HAAAAH HAAH hab ich sie ihn richtig gepickt Junge hahahaha Blut, Blut! Blut, Blut! Was kannst du nicht erzählen, Alter? Die Bombe wurde geplant. Aber richtig hart. Wie viel Zeit der sich beim Aim lässt, Alter? Ich feiere den Typen so hart. Wie? Und warum vor allem? Ah, damn place, Junge. Richtig geil. Ich könnte ja anfangen, Serious zu spielen. Aber eigentlich will ich ja absteigen. Ich habe zwar noch eine zweite Kopie, mit der ich eigentlich mal dann zocken könnte. So als Smurf. Also zum Scheiße bauen. Erstmal werden Spike Seren kaufen und B gehen. Knack! Aua Mama! Komm! Komm, B! War ich drauf? War ich drauf? 19 HP Orp in Long. 19 HP Orp in Long. Mach nix, ich habe die Bombe. Edele! Er hatte ne Arbe, ich hatte Skow, Alter. Ich habe ihn nur einmal getroffen, Alter. Ich habe ne Maxx, der ist jetzt nicht tot. Ich habe noch mehr! Boah! Boah! Da hole ich da zwei so weg, ne? Und dann machen die gar nichts. So traurig! Habe ich genug Geld für Dings? Ja, habe ich. Hm? Scout. Scout und Flash. Ich mache jetzt offensives Scout-Play. Sieht man... Sieht man auch nicht allen Tagen. Hahaha! Jetzt will ich ja den Otto-Style anmachen, ne? Böööö! Voll die Ottos, Junge! Ich bin Hutt drinne. Ich bin Hutt drinne. Drum B. Jetzt die Leiter hoch. Ernsthaft? Ja. Ich bin T-Spawn. Harry, was los! Oh! 25 HP Short. Nice one, Harry! Das ist dein Freund. Schieß mich. Haha! Erstmal die guten Stuff mitnehmen, ne? Normal! Vielleicht müsste einer mal hoch auf A gehen. Da rechts steht dein Mate. Also... Na, da stand dein Mate. Boah, war das Loh, ne? Mega-A. Nee. Äh, Harry kennt nicht die Abkürzung. Harry kennt die Map nicht. Äh, ich kann doch nicht. Ich hab, äh... Ich wollte mit meinem, äh, Kumpel was machen. Und, äh... Warte kurz. Oh... Viel Spaß euch noch, ne? Jo, was war's? Jo, hau rein! Hau rein! Tschüss! Hey, start mal Harry. Mach mal Harry! Sirius wär sonst echt enttäuscht von dir. Er will's nicht schaffen. Warte Zeit, weil sie nicht noch zwei waren. Ja, schade, schade. Schade, Harry! Egal, ich spiel weiter Swag7. Es gibt keine Echo, Junge, wenn man Scout kauft. Es gibt keine Echo, wenn man Swag7-Deal spielt. Fuck, ich hab keine Piste. Äh, Qualitätsoffensive, Junge. Ich sag's dir immer wieder. Ich bin übrigens gerade in der... TTK-Bank. Whaaaaat? Say whaaaaat? Oh, Spaß, Alter! Er kommt um die Ecke. Er kommt um... Also dieser Levels, Alter. Irgendwer von denen hat auf jeden Fall an, ey. Kannst ihm nicht erzählen, ey. Er ist im ganzen Ernst, ey. Er kommt um die Ecke gelaufen. Ja? Ist noch nicht mal aus seiner Deckung raus. Gib mir einfach Insta den Header. Machst du jetzt hier NoScope-Party? Er ist klar, ich will nur Scout NoScope, sagst du? Ne, ich... Ich glaube, ich steig jetzt mal auf Diegel um. Ja, dann Scout und Diegel NoScope. Ne, Diegel und? Das kann man auch machen. MP9 ist das, ne? Mhm. Und Kevlar natürlich. Hab ich eigentlich schon einen Kill gemacht, dieses Game? Äh... Ja, hast du einen. Ich hab drei. Äh, vier. Also drei mehr, sozusagen. Ah, ich mach jetzt auch drei die Runde hier. Wie war das an? Bin direkt hinter dir. Ah, ne, Moment, ich muss ja meiner Linie treu bleiben. NEIN! Fuck, ey. Oh, ohne Spaß, ey. Wie geil war das denn? Tür auf, Tür zu, Tür auf, Tür zu, Tür auf, Tür zu, Tür auf! Oh, bumm tot! Bring ihn um, Harry. Best Step Five! Kill him! Kill him! It's Voldemort! Kill him! Aber Creamy hat gemerkt, dass wir der MP9 Squad sind. Oh Gott, ey. Oh Gott, das glaub ich nichts dafür! Oh 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 oh! Das wärmer, mein Leben nicht mehr klar, Alter! Ja, noch darfste, Harry. Ich hab das Gefühl, Harry spielt gern mit dem Feuer. So, kommt nochmal MP9 Squad. Okay. Diesmal wird das bad. Komm wir gehen wieder A. Also wir laufen Richtung A. Ne, wir sind ja auf A. Flash raus. Alles klar. Flash mal raus. Die Mechanics, Junge. Wer kommt mit rutschen? Was für ein geiler Typ das ist. Kennt jemand da. Junge, bist du blind? Ja, ja, da waren zwei Leute. Ich hab auf einen geschossen und der holt mich durch die Rehlinge, Alter. Ey geil, ich kann grad meine Leiche von unten durchs Wasser angucken. Hm, ich nicht. Wenn ich den gesehen hätte. Will er das ja? Nein. Nein. Nein, Herr. Was ist eigentlich für ein scheiß Kabel, das hier rummengt? Ach, das ist meine Maus. Ah, ok. So, was kaufen wir jetzt? Jetzt kaufen wir, äh... Autoschrotze, Autoschrotze. 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 Da wird ein paar Schilder, wenn man sich nicht mehr schüttet. Autoschrotze. Let's go, let's go! Decoys out. Flashbang. Ich würde so drücken, dass ich die Pazganschel verabschiede. Ach, ha, 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 ha. Foto! Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Oh, die Bombe ist übrigens down, hier hinten. Am bis zu spawnen. Ha, hole du die Shitsticks. Ich bekam jetzt die Bombe. und er sieht mich kann man die anschubsen ahaha ooooh recht ihn, recht ihn da hab ich mich hart genutzt, oder was? Gott, Alter Doublecalf lade, you have das Yoda style, das gehört. Oh, erst mal Arve spielen, Junge no scope, mit decoy fuck it, Alter move it, move it wenn du spieß A, wenn, dann lass dich mal vorgehen, ne guck, guck soll ich mal abdrücken wow, no scope, Junge ich hab jetzt auch ne Arve, Edel flash raus ach, flashen, Junge, ich bin schon lange draußen da ist aber einer im Tunnel, ne da ach so, einer rechts um die Ecke er hat ne MP7 das war zwei das war zwei das war zwei das war zwei Harry mp7 squad ist real ja, nice one Harry ich bin nicht sicher, ob ich die Bombe auf A Das wäre so egal, wenn der jetzt so weit aufsuchen will, dass er aufhört zu defusen, ey. Das ist ein Negev, 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 behind! Egal, ich habe einen No-Scope-Kill mit der Arbe gemacht. Ich muss mal wieder, jetzt muss ich mal einen Kill machen. Sieh auf, jetzt bescheu ich hier so einen P. Und diegel. Harry Smog, der ist so ein dreckiger Hurson, der Harry, ne? Kommt was! Kommt was? Oh, er hat mich geholt! Oh, nice! Nice one, Harry! Nice one! Ich weiß, dass du das kannst! Ich glaube in dir! Also den Orangischen würde ich nicht setzen, der ist ein absoluter Lappen. Wir sind jetzt auf B. Was ist denn hier auf A? Das klang gerade so, als wäre er nicht auf A geplantet, aber das kann aber auf B drüben sein. Das Ding der ja wie! Er läuft ja auch die ganze Zeit hinterher, ne? Einer kurz, einer Mitte unten. Oh, der zieht durch! Oh, der zieht durch! Oh, Alter! So ist das mit Tadet! Wir haben doch nicht mal Seiten gewechselt, ey! Boah! So, das ist schwer nach einer Nova und einer Decoy. ... Movin! 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 Flashback! Laying down smoke! Ari hat richtig Spaß, Alter. Also ich hab jeweils 35 gegeben. Ich wurde weggemacht. Und einem hab ich bis auf... also 65. Be on side. Nice, hat er die abgepickt. Jetzt kommen die Plays, Junge. Nein, der verreckt einfach nur. Ich glaube, Harry ist auch so ein Smurther, ne? Ich glaube, Harry hat einfach nur... Jolo-Style. Guten Tag, Leute. Das war sehr lustig. Let's do this again. Nein, nein. Was? Jetzt mal nicht unhöflich werden, ne? So, äh... Erstmal Deagle kaufen. Harry, Deagle-Squad. We will make them regret this day. Wo ist er? Wo ist er? Er ist hinten am Spawn, glaube ich. Ne, hier. Wo ist er? 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 Wo ist der? Wo ist er? Wo ist er? Oh, doch ein Camille, Junge. Alter, der geht ja richtig auf, der Junge. Ich habe gelegt und der hat mich nicht angeguckt. Habe ich noch irgendjemand gegeben? Nee, ich habe einem einen Header gegeben. Eins, 195 in eins. Wer einen Icecat nicht angucken will. Das war richtig geil. Ich kann nicht mehr, Alter. So, eine Force-Buy hier, Mac-10, Kevlar. Wir haben gewonnen, Mann. Ja, und? Force-Buy, Junge. Die gute Mac-10 Candy-Apple, Junge. Eigentlich relativ geil aus. Ja, die sieht auch geil aus. Das ist auch eine Candy-Apple-Waffe. Mach jetzt die Tür auf, okay? Ich bin raus. Alles klar. Engage. Dann wurde verworfen. Nice. Hinkel, bist du es? Du Wichser. Alles klar, machen wir jetzt den Mac-10-Squad. Ach, jetzt. Alter, warum hast du eine Swag-7? Ich habe ihn aufgehoben, Mann. Blöder Spaß hier, ey. Nein, mein, etwas. Wir können auch tauschen, wenn du willst, ne? Nein, wir können. Kann Mac-10 eh besser. Gehen wir wieder raus? Ja. Ich flash raus, okay? Ja. Oh, da ist einer. Wer kommt? Jetzt. Noch einer? Hinkel, komm schon. Jawohl, mein Mann. Wo ist deine Mac? Die müsste eigentlich irgendwo liegen, da. Oh. OP-Flash. Alles easy. Einer fließt schon auf Spot. Oh. Help it, B! Help it, B! Ach, fuck, war das low. Ich glaube, es ist Plan B, ja? Genau. Ha, 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 ha. Go B, go B. Harry, Kari Lieto. Oh, junger. Kari Lieto go. Ha, 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 ha. Nice one, Harry. Nice one. Machen wir die gute alte strategie ich mit aber du klärt den anderen raum kann losgehen kann losgehen ich sehe nichts op flash war leute hinten rechts richtung spielplatz ja das ist einfach absolut lobo ich kaufe wieder ein mc10 vor uns hat keiner in die richtung geguckt das ding war ich habe da hingeguckt aber ich konnte nicht schießen nur weil ich sonst euch alle umgelattet hätte mc10 und tech 9 kein geld aber für den decoy reicht es noch wo bist du? hier da liegt eine vor dir geil Junge erstmal drive by ich habe sogar eine flash wir müssen hier lang achso ja warte unterwegs Harald geh raus wie ich hier hat nicht geklappt also nur noch 45 rein rein sprayen um so einfach da steht zwei ne das ist die gute die sieht gut aus ja da ist mehr muni drin ok wirf die nade und dann alter die mindgames die sind real 2 gegen 1 eure runde jetzt soll ich mal die bombe holen ne go b go b go b go b go b das war nicht die bombe das war nicht die bombe bruder ja oh fucking awesome oh oh gott ey oh boah sie spielen nie wieder ja aber guck die hatten 2 unranked und dafür 2 master guardians ja und der unranked hatte 29 11 ja war smurf der letzte glaube ich dass er anrenkt war der letzte kann ich gut sagen ach feierlich stony ja danke fürs zuschauen machs gut oder rein bis zum nächsten mal qualitätsoffensive dies das ihr wisst wie es läuft